Wenn du den Kerl haben willst, verabrede dich wie ein Kerl. Wer auch immer gesagt hat, dass Männer und Frauen von verschiedenen Planeten kommen, wusste genau wovon er spricht. Wir sind einfach anders verdrahtet und meistens missverstehen wir die Dinge im Meisterhaft. Darüber hinaus ist die Datingwelt heute zur Männerwelt geworden und es scheint, dass Frauen ein größeres Risiko eingehen, in diesem schwierigen Spiel der Liebe verletzt zu werden. Die Sache ist, dass wir keine Spielchen spielen wollen. Wir wollen keine Manipulationstaktiken anwenden, um den Mann unserer Träume zu bekommen. Die gute Nachricht ist, dass wir das nicht tun müssen, aber wir müssen etwas tun. Wir müssen anfangen, uns wie Männer zu verabreden. Und das können wir am besten erreichen, wenn wir versuchen, sie zu verstehen. Ich weiß, es klingt unmöglich, aber es ist wirklich nicht so kompliziert. Wir müssen die Spielchen ablehnen und die Dinge übernehmen, in denen sie gut sind. Erstens. Jage niemandem hinterher, werde die Gejagte. Hast du bemerkt, dass je mehr du etwas im Leben jagst, es umso schneller von dir wegkommt? Nun, mit Männern ist es dasselbe. Sie sind geborchene Jäger und sie verlieren das Interesse oder werden eingeschüchtert, wenn sie sich wie Beute fühlen. Auf der anderen Seite, wenn sie eine Frau finden, die die Eigenschaften besitzt, die sie mögen, werden sie hinter ihr Herr sein. Und sie werden von nichts zurückschrecken, um sie zu erobern. Falls du dich fragst, wie du zur Gejagten werden kannst, ist es eigentlich ganz einfach. Und ich werde hier brutal ehrlich sein. Lebe dein eigenes Leben. Gib nicht deine Träume, Freunde oder Interessen auf. Betrachte ihn als deinen Gleichgestellten und nicht wie jemanden auf einem Podest. Investiere genauso viel wie er, übertreib es nicht. Mach ihn zu einem Teil deines Lebens, nicht zu deinem ganzen Universum. 2. Schalte ein oder zwei Gänge runter. Frauen haben die Tendenz, über sich hinaus zu gehen, wenn sie wirklich auf jemanden stehen, also übertreiben sie. Sie versuchen es zu sehr, während die andere Seite nichts tut. Wenn du dich in dieser Beschreibung wiederfindest, ist es an der Zeit, ein oder zwei Gänge runterzuschalten. Folge ihm. Investiere so viel, wie er investiert. Schicke keine weitere Nachricht, wenn er nicht antwortet. Plane kein Date, wenn er keins plant. Es geht nicht darum, Spielchen zu spielen, es geht um etwas viel Wichtigeres und das ist Gegenseitigkeit. 3. Meide Grauzonen Männer befinden sich selten in der Grauzone. Für sie ist alles schwarz auf weiß und sie sind sich darüber im Klaren, was sie wollen. Das ist einer der Teile des männerähnlichen Datings, der unbedingt übernommen werden muss. Wenn du jemanden nicht so toll findest, verabrede dich überhaupt nicht mit ihm. Wenn du die Warnsignale entdeckst und dein Verhalten bei einem Mann bemerkst, das du nicht tolerieren willst, dann schaffe ihn einfach aus deinem Leben. Männer tun das, sie brauchen nicht einmal eine vernünftige Erklärung. Wenn sich etwas nicht gut anfühlt, machen sie weiter. 4. Behandle ihn nicht wie deinen festen Freund, bis er sich zusammenreißt und sagt, dass er ganz dir gehört. 5. Bevor du dir sicher bist, dass ihr beide offiziell zusammen seid, halte deine Optionen offen. Gott weiß, dass Männer das immer tun und das ermöglicht ihnen, mit einer Abfuhr besser umzugehen. Warum solltest du nicht dasselbe oder etwas ähnliches tun? Du kannst andere Menschen zur gleichen Zeit daten und deine Optionen erkunden oder du kannst einfach gelegentlich mit anderen Männern in Kontakt bleiben, die du attraktiv findest. Man kann nie wissen, wie alles ausgehen wird und es ist immer gut, am Ende des Tages Optionen zu haben. 5. Wechsle in den Danke-Nächster-Modus Männer werden sich auch ein wenig suhlen, wenn sie von der Frau, auf die sie stehen, abgelehnt werden. Aber bevor du dich versiehst, werden sie wieder draußen sein und mit dem Dating beginnen. Wenn du ein paar Dates mit jemandem hattest und er verschwunden ist, gibt es keinen Grund für dich, auf den leeren Bildschirm zu schauen und auf eine Nachricht zu warten. Es gibt viele Männer da draußen, aus Fleisch und Knochen, die mehr als glücklich wären, ein Teil deines Lebens zu sein. Ein Mann, der das nicht sieht, verdient keinen Platz in deiner Welt. 6. Zeige nicht deine Fehler Du hast wahrscheinlich noch nie einen Mann, über die Dinge reden hören, die ihn schon zu Beginn der Beziehung verunsichern können. Sie wissen, dass wenn es mit euch klappt, es genügend Zeit dafür geben wird. Also werden sie ihr Bestes tun, um dich zu beeindrucken und ihre Stärken und Tugenden zu betonen. Männer sind hier auf etwas aus. Indem sie von Anfang an zu offen sind, machen sie sich nur selbst anfällig. Sie geben auch eine depressive Note ihrer gesamten Dating-Erfahrung preis. Also halte die Themen lustig und locker. Die ernsten Dinge werden später kommen, wenn man sich besser kennenlernt. Auch Dinge, die du für deine Fehler hältst, können in seinen Augen ganz anders aussehen. Lass ihn entscheiden, wie er dich wahrnimmt. 7. Gib dich nicht mit jemandem zufrieden, der nicht der Richtige für dich ist Du hast wahrscheinlich noch nie eine Geschichte über einen Mann gehört, der sich mit weniger zufrieden gab, weil er in seinen 30ern war und es an der Zeit war, dass er heiratet, Kinder bekommt oder zumindest bei seiner Freundin einzieht. Dieses Szenario kommt so selten vor, dass es fast wie ein Mythos klingt. Gib dich nicht mit weniger als wahrer Liebe zufrieden, nur weil du Angst vor Einsamkeit hast, weil es Zeit ist oder weil die Gesellschaft etwas von dir erwartet. Es ist ein Druck, den du in deinem Leben nicht brauchst. Bring all die höhnischen Kommentare und all deine inneren Ängste zum Schweigen und folge einfach deinem Herzen. Verabrede dich nicht mit Mr. Wrong und bleib nicht bei ihm, du wirst die echte Sache verpassen. Wenn du mit dem Richtigen zusammen bist, wirst du es wissen und keinen Zweifel daran haben. Wenn dir dieses Video gefallen hat, findest du meine zwei Bücher auf Amazon. Der Weg zurück zu dir selbst. Finde deine innere Stimme. Und im Kopf des Narzissten. Schlage ihn mit seinen eigenen Waffen. Du findest die Links unten in der Beschreibung des Videos. Vielen Dank. Vielen Dank.